Happy's und Willkommen zu einer Folge Far Cry 4 wo ich erst mal gucken muss was wir heute machen wollen ne ich weiß es nicht ich muss sag mal warum habe ich eigentlich hier noch nicht erkundet und jetzt sind so viele Beutekisten und noch mehr also hier ähm ne ne Mühle ist ja auch warum war ich da noch nicht ja okay das ist jetzt erst mal ein gutes Stück Weg habe ich hier vielleicht irgendwas nö ich gehe da mal hin oh falsch Taste äh laufen wir heute mal mit haben wir aber auch ein Fahrzeug ja gut hier den Gleiter ist jetzt nicht das Fahrzeug was ich mir erhoffe äh haben wir auch einen Weg sind wir hochgekommen sag mal ah hier ich laufe hinab das macht mir Spaß halt warte habe ich nicht auch ein Seil habe ich nicht zu Hause ein Seil an dem ich mich runterschwingen kann sieht nicht so aus Alter was denn das für eine Scheiße das ist ja Mobbing ah ich fand hier diese formale Diten Kämpfereien ja ne warte mal ich gehe mal lieber hier ran ah guck mal ne glaube ich habe jetzt endlich mal was beendet Feuer 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 ja gut ähm ja ja das ne schützen muss ich nicht so ja los 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 ich habe doch im Prinzip schon den da gekillt hier den habe ich und mehr sind sie doch nicht oder was kriege ich Belohnung hallo ich war fleißig ich kriege nichts oder was ist nett ne das ist okay ich habe auch nichts anderes erwartet ne was denn das für ne das für ne Mission mit nem Baum ich bin auf alles vorbereitet welche Tiere aggressiv das das waren kein na gut bist du alter das klang er wie ein Esel was ist denn los irgendwas passiert hier ich gehe mal lieber zu euch ja namaste ja ja namaste namaste schmeckt lecker ist okay da ist es was denn hier los die Musik immer ja hey hier passiert gleich was mega spannendes ach nein doch nicht weißt du Bienen oh garstige Biester ich bin übrigens immer noch erkältet ich hoffe man hört sich nicht mehr ganz so doll ich habe mittlerweile ein wenig Medikamente die es mir ermöglichen unter umständen so halbwegs vernünftig zu sprechen mit einer Stimme die nicht ganz so wie soll ich sagen halte klingt obwohl das nichts schlimmes ist ich kann auch Spaß machen so jetzt nehmen wir uns hier nämlich mal die ganzen Kisten mit die Kisten und der muss hier auch da ist die Glock hey und Zettel ein Traum Jakshini erscheint in den Schatten der Fieberträume sie existiert nur in diesen Momenten ich habe Schwierigkeiten mich später an unser Treffen im Nebel zu erinnern wenn ich wach bin ist es wie ein großer Schmerz und ich zähle die Minuten bis ich mich wieder ihr bis ich mich wieder hingebe bis ihre wohltuende Liebe wieder durch meine Adern fließt und mir das Herz erwärmt Alter da hätte ich jetzt doch vielleicht noch die schwule Stimme haben müssen ich werde verzehrt ich gehöre ihr gesegnet sei die Hexe des dunklen Mondes der auf meine lüsterne Seele scheint der Gläubige PS bring Kaffee mit so wir können uns hier schön ein bisschen ausrüsten wenn man sowas immer früher wüsste auf jeden Fall gibt es hier durch die vielen Kisten ein wenig Moneten und das war's hier drin BÄM Bonus XP erhalten na das ist doch ich höre ein ne es sind Freunde ok man weiß hier nie dann ist da noch hier ist auch noch ne Glocke und unbekannte Ort und und überhaupt und hast du nicht gesehen und hier ist auch noch ne Kiste beim Glockenturn hab ich irgendwo ne Kiste überguckt na sowas geht ja noch gar nicht ja ich mach jetzt hier ein bisschen äh nebenbei Sachen ne erstmal in der Folge einfach aus Prinzip und dann in der nächsten Folge geht's mit Kampagnenmissionen weiter denke ich mal aber jetzt erstmal so was ah ja ich wollte schon sagen komm ich hier nicht hoch aber eh AJ dann mal seine schönen Hände benutzt könnte sich ja irgendwie reißen oder so ne ok ok nicht erwischt Hauptsache er erwischt mich nicht ja ja hier ist immer noch alles gekillt ich heute mal das Schwein ich heute mal das Schwein weil ich es nötig hab einfach so mal ne die erfreuen sich ja noch an der Leiche mach ich das etwa wupp so aber hier muss auch irgendwo ne Kiste sein hi mach mal schön ein Selfie ja ne find ich auch das ist ein Held das muss man schon mal sagen die Kiste ist garantiert oben ne dann geh ich da nicht hin durch so ne Ding hier prügel ich mich nicht nochmal dann geh ich hin dort und da auch noch hoch überall gibt es Sachen zu erleben schöne aber auch mal weniger schöne wo ist denn hier mein Ziel hallo da wo willst du mich denn hier hinschicken Mensch du kack Ding öha da geh ich trotzdem hier lang ich bin Pro man hab die Angst vor wilden Hunden das war's mit dem wilden Hund hat der wilde Hund erstmal Feierabend ja ja war doch nicht egal es wird schon wieder geschossen ich komme hallo wie geht's guten tag alles in ordnung du siehst du mitgenommen aus war das hier euer auto vielleicht vielleicht war es auch nicht euer auto aber es jedenfalls ist es ein bisschen kaputt gegangen glaube ich auch nö warum ich denn hier runter wenn das hin baum des lebens ja dann kann man hier nicht sterben abgesehen von denen da unten hier ist noch was zum lesen aber hier muss noch eine glocke sein ich bin blind oder so was denn hier bei euch los ist doch gar nix ja haltet den wagen an für ein adler oder was sorgt euch mal lieber um die schweine ab dass sie einfach stehen halter vor der penner so ist es ok so der setten war ich könnte jetzt hier noch ein feuerchen nein ich mache kein feuerchen aber ihr habt schon gut money eingesammelt jetzt hier und gar nichts wirklich gemacht nach ihr mit euren adlern nacht hier heute sammeln ich auch das war nicht mehr zum spaß die verkaufe ich alle hier schon wieder was also dass ich hier ich war allgemein habe ich viel liegen lassen vor allem hier also so viel beutekisten noch aber die ruhig mit nicht alle man sieht ob uns der weg noch mal in einige gegenden verschlägt spielte auch noch ein bisschen ist ja nicht so dass wir jetzt gleich fertig sind wir sind erst bei 33 prozent gewesen ja ein hinterhalt war das gut erkannt ich wollte jetzt eigentlich nur eine granate auf die werfen um deren schönes auto auch noch zu zerstören und da kommen mir diese panel nehmen eine quere auf jeden fall nehme ich diese säcke hier noch aus für was die kondome haben wer will denn mit denen ficken mhm 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 so war was oh schweine au ne ihr bösen racker ich müsste vielleicht mal wieder zu einer munitionskiste ja ich meckere doch nicht über die tierchen so die explodierten schweine gucke ich mir auch mal noch an oh nein das war meine au und das propaganda poster irgendwo hier habe ich doch auch gesehen oder habe ich nicht gemacht er uns dann okay fährt ein fahrzeug okay ja ich muss ja immer wache halten ne so nebenbei das muss sein es geht nicht dass der feind uns hier ärgern darf lass mal nachschlagen hier es dauert eine woche aber ansonsten ist die waffe cool so ähm da unten ist nur eine irgendwo hier zack dann gucken wir mal ob wir auf der anderen seite im wasser will ich nichts hier auf dem ding ist noch eine mühle ja gut die muss ich jetzt nicht unbedingt aber die masken will ich halt auch noch aber wir tuckeln jetzt erstmal dahin und zwar haben wir hier ein boot he he ach schön he 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 schildkröten 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 ich lege an so das war noch mal gut o und aus schildkröten schildkröten oder da distillRO Hey Jungs, halt, wartet mal. Hey, halt, halt, wartet mal. Arschlöcher. Sollen einen Penner, habt ihr das gesehen? Pass auf, das ist ein Wildes. Ach. Ich warne euch nicht, ihr seid Penner. Ich hol mir dieses Bepflanze. Hier aus dem Wasser hab ich glaube ich noch gar nichts. Ach, wie ich schon mal eh im Wasser bin. Wo wir schon mal da sind, bleiben wir gleich hier. Schon über 100.000 jetzt hier, ne? Wir waren vorhin mal bei 40.000. Das heißt, wir haben schon so um die 60.000 jetzt gemacht, nur indem wir hier rumgeguckt sind und im Prinzip gar nichts missionsmäßiges gemacht haben. Nice, ne? Vielleicht soll ich mich darauf konzentrieren. Ich spiel gar nicht mehr richtig, ich mach jetzt nur noch sowas. Ich sammle nur noch Pflanzen und andere minderwertige Sachen. Wie Menschen. Wo ist denn hier? Irgendwo ist er hier. Hallo? Hi. So. Hier unten noch. Ach, guck mal, die Menschen hab ich gar nicht gesehen. Egal. Wo wollte ich hin? Hier gab's doch noch... Ja komm, wenn ich einmal hier bin. Wo mich das Ding jetzt hinschicken will. Erstmal eine Straße suchen, ne? Oh. Na, hör'n aus. Na, hör'n aus. Deutsch. Ich gewesen gut. In. So. Ähm. Hm. So. Natürlich muss ich hier irgendwo darunter. Es muss natürlich eine Höhle sein. Irgendwo. Da muss ich doch mal schnell gucken. Da muss ich doch mal schnell gucken gehen. Ne? Habt ihr überlebt? Gut. Krieg ich Money oder so von euch? Entschuldigung. Hast du mal kurz Zeit für mich? Ja. Wenn du mir was gibst, hab' ich die. Dann bleib doch auch stehen. Arschloch. So. Haben wir doch noch eine gute Tat vollbracht. Ja, gucke. Na, dann kann doch keiner was sagen. Ja. Hi, Leute. So. Gucken wir mal hier noch schnell rein. Hallo? Jetzt. Dreh doch endlich. Weil ich muss hier sogar schon drin gewesen sein und hab' das nicht gemacht. Ja, na klar war ich hier schon. Erinnere ich mich doch dran. Na klar. Hab' ich nicht gemacht. Hm. Komisch. Sehr komisch. Ich mach' einfach. Nein. Das würde mein Karma wieder runterpushen. Ich wollte ja jetzt mal eine Granate. Nein. Nein. So was mach' ich nicht. Nein. 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 Boah, hier ist auch noch überall. Fallen. Oh. Hier ist noch ein Poster und eine Maske. Hier ist noch so was. Aber, das soll uns jetzt nicht weiter stören, denn wir machen in der nächsten Folge mit Champagne. Kampagne weiter. Wir machen in der nächsten Folge erstmal das von der und Ja, gleich. Jetzt warte doch mal. Morgen. In der morgigen Folge helfe ich dir, okay? Gut. Kommen wir uns darauf ein. Ja. Nein, ich mach' das schon. Ich mach' das schon. Bleib mal ruhig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin sag' ich tschüss. Ihre Tochter sagt auch tschüss. Ja, die Hilfe sagt auch tschüss. Und wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Bis dann. Ja, ich helfe dir doch gleich. Ja, morgen. Morgen, meine Süße. Bis morgen.